Wir haben sie gefunden, die beste Band aus Feldkirch im Rennen um die beste Band Vorarlbergs 2009. Der Goldtops heißt der heutige Sieger und die sind jetzt bei mir. Es sind fünf junge Burschen, die sich da auf der Bühne richtig den Rock gegeben haben, sozusagen. Der Goldtops, wie seid ihr, wie sind das überhaupt entstanden bei euch? Darf ich bitte nicht? Es ist entstanden und zwar mir drei spielen schon seit sechs Jahren, als ich sie kenn. Und sie zwei sind erst vor einem Jahr dazu gekommen und es hat die Chemie gepasst. Es ist einfach gefunktet, gefunktet, gefunktet. Wie wir auf Flaschen geblieben. Genau, ja. Okay, wie ist es dann weiterentstanden? Wo kommt ihr überhaupt her genau, kann man das mal sagen? Also er konnte das Dornbjörn, er auch und mir drei sind alles weggekommen. Und entstanden ist das, keine Ahnung. Er hat gesehen, er hat einen guten Gitarrspieler, den ist schon vorbeigekommen. Ich habe einen auf dem Fest getroffen. Und dann waren wir beide vollkommen ins Offen, dann hätte ich die Gitarre gespielt. In den Eltern schauen zu, in den Eltern. Das war einer von der seltenen Abende, wo wir betrunken waren. Ja, genau, genau. Und dann hat er halt gefragt, ja, der ist schon schon vorbeigehen und so. Und dann hat es, ja, weil... Nein, er war zuerst voll der Gegend. Echt? Ja, das ist mehr Film, damit man jetzt einfach mal kurz ist. Okay, es hat dann mal auf jeden Fall gut geklappt. Ihr seid jetzt weit, ihr seid im großen Finale dabei am 5. November, wo es dann wirklich um die Wurst geht, wo es dann wirklich um die Beste Band 2009 geht. Wie ist es jetzt für euch der heutige Abend gewesen im alten Kino? Hat es euch persönlich gefallen? Wie war es sonst? Also ich habe es super gefunden, vor allem, weil, als wir aufgetreten sind, sind die ganzen Menschen eigentlich vorgekommen und haben richtig mitgemacht. Und also, mir hat es einfach wirklich total getaugt mit meinen Freunden eigentlich, wie wir oben gespielt haben und wirklich die Seele aus dem Leib gesungen, gespielt und geschlagzeugt haben. Wart ihr selber mit euch zufrieden? Ja, brutal. Es ist der erste Auftritt, wo mal wirklich nichts gröberes schief kam. Obwohl, beim Sound, es ist gerade immer, er hat mal ein Blech drum geschluckt. Ja, das war nicht so toll. Wir haben da nicht ein Verstärker gebraucht. Wie bereitet man sich jetzt vor? Es ist am 5. November lang, es ist nun mal hin. Es ist knapp ein Monat, ein bisschen mehr wie ein Monat. Gibt es dann neue Songs, was kriegt man dann von euch zu? Ja, also, deshalb ist es ja so, dass wir haben das 3 Lieder gespielt, die manchmal schon länger im Repertoire gehabt haben, weil wir in einem Gips gehabt vor zwei Wochen oder drei Wochen, nein, vor Wochen in einem Gips gehabt. Und wir haben ja schon am Wochenende angefangen können zum Skiproben und jetzt haben wir schon einiges vor für den 5. November, würde ich sagen. Auf jeden Fall müssen unsere neuen Songs mal körig noch mal überarbeitet werden. Solo-Duellen, Striptease-Shows, alles mögliche. Oh ja, Striptease-Shows. Dann sind wir richtig gespannt auf den Gold ab dem 5. November, jetzt dürft ihr uns noch ein bisschen freuen. Ja, so klingen sie die Sieger aus dem Bezirk Feldkirch. Das Rennen geht natürlich weiter, Beste bei uns 2009. 5. November gibt es große Finale. Zuvor heute mal im Keringensal in Lustenau am 8. Oktober, also nächsten Donnerstag, da heißt es auf jeden Fall vorbeischauen. Woah! Hier, wo raus jetzt? Ja! 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 Jetzt ist hin!